Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir Freien Demokraten haben ja bekanntermaßen ein modernes, innovatives und optimistisches Weltbild und deswegen wollen wir auch ein modernes, innovatives Schleswig-Holstein erreichen. Und dazu gehört natürlich auch eine moderne Mobilität. Diese moderne Mobilität muss technologieoffen, fortschrittlich und an den Nutzern orientiert gestaltet sein. Mit der weiterentwickelten E-Mobilitätsstrategie des Landes setzt Jamaika genau dieses Zeichen. Denn die Strategie reduziert Elektromobilität nicht nur auf batteriebetriebene Motoren oder Oberleitungen, sondern umfasst sämtliche elektrische Antriebsformen, also zum Beispiel auf Brennstoffzellen oder wie es hier schon genannt wurde, die E-Fuels, also Treibstoffe, die aus erneuerbaren Energien hergestellt wurden. Und vor allen Dingen stellt die Strategie sicher, dass die individuellen Mobilitätsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land nicht eingeschränkt werden. Denn das politische Bekenntnis, Elektromobilität voranzubringen, bedeutet nicht, die Bürgerinnen und Bürger zu neuen Verhaltensweisen zu zwingen. Im Gegenteil, wir wollen ja den technologischen Fortschritt fördern und wir wollen ein attraktives und vielfältiges Angebot schaffen. Also Überzeugung statt Umerziehung, Technologieoffenheit statt Vorfestlegung, das ist unser moderner, optimistischer und innovationsfreundlicher Ansatz. Eine wichtige Maxime von Jamaika ist der technologieoffene Ansatz, also die Technologieoffenheit in der Weiterentwicklung. Statt sich nur auf bestehende Technologien, wie zum Beispiel Batterien als Speichermedium, zu reduzieren, geben wir auch anderen innovativen Technologien eine Chance, wie zum Beispiel den Wasserstoff. Unser Land kann innovativ sein. Dieser Ansatz fördert Vielfalt und Innovation. Dieser Ansatz ist ein klares Signal auch an die Wissenschaft, dass die eindrucksvolle und engagierte Forschung an neuen Technologien so wichtig ist und weiter vorangetrieben werden soll. Und dieser Ansatz macht Schleswig-Holstein nicht nur zu einem umweltpolitischen, sondern auch zu einem technologischen, innovativen Vorzeigeland. Die Bundesregierung hat ja unseren Jamaika-Ansatz vergangene Woche im Grunde bestätigt, indem sie die neue Plattform Mobilität der Zukunft eingerichtet hat, die sich nun nicht mehr ausschließlich nur batteriebetriebene Fahrzeugen widmet. Leider musste sie auch das Ziel, bis zum Jahr 2020 eine Million E-Autos auf die Straße zu bekommen, im gleichen Abend zu kassieren. Na gut. Aber dafür soll die neue Plattform wenigstens vielfältiger und technologieoffen sein. Und das ist die richtige Richtung. Das finden wir gut. Dass wir in Schleswig-Holstein diesen Weg bereits beschreiten und es ernst meinen, zeigen unter anderem die verschiedenen Initiativen zur Sektorenkopplung, die der Minister ja auch schon genannt hat, oder auch die momentan laufende technologieoffene Ausschreibung für 52 emissionsarme Triebwagen im Schienenverkehr. Auch das wurde bereits genannt. Mit solchen Akku- oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen ließe sich die E-Mobilität auf der Schiene auch nach vorne bringen, ohne das komplette Schienennetz mit Oberleitungen bespannen zu müssen. Auch hier wieder ein technologieoffener, ein optimistischer, ein moderner Ansatz. Sehr geehrte Damen und Herren, mit der technologieoffenen Ausrichtung unserer Politik leisten wir Schleswig-Holsteiner nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen. Ja, Sie haben mich so verwirrt, dass ich da jetzt immer durcheinander komme. Sie schaffen auch viele neue Arbeitsplätze, stärkt unsere regionale Wirtschaft und kann schleswig-holsteinische Unternehmen zu innovativen Pionieren werden lassen. Denn in vielen Bereichen steht die E-Mobilität ja noch am Anfang. Das bedeutet, wir haben noch enorme Entwicklungspotenziale, die ausgeschöpft werden können und das sollten wir auch tun. Mit dem Industriestandort Brunsbüttel und mit der gesamten Westküstenregion verfügen wir bereits über eine Region, in der sehr viele erfolgreiche Energieunternehmen unterwegs sind und viel Know-how haben. Und wenn wir unsere Anstrengungen in der Sektorenkopplung, in der Entwicklung leistungsfähiger Speichermedien, in der Schaffung neuer Infrastruktur, beispielsweise zum Transport von Wasserstoff, weiter ausbauen, können wir auch noch viel mehr erreichen. Das hätte wichtige Umwelt- wie auch industriepolitische Auswirkungen, denn das ist natürlich gut für die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, qualifizierter Arbeitsplätze auch. Bleiben wir also nicht im Hier und Jetzt stehen, begrenzen wir uns nicht auf den technologischen Status quo, seien wir lieber mutig und visionär, seien wir optimistisch und modern, machen wir Schleswig-Holstein zu einem Vorreiter technologischen Fortschritts im Energiesektor und vor allen Dingen machen wir Schleswig-Holstein zum modernen Land der Innovation und des Optimismus. Vielen Dank. Applaus